Beim Dschungelbaum MLG versucht man einen Dschungelbaum genau so mit Bone Meal zu bepflanzen, sodass genau in dem Moment, wo man draufdrückt, der Baum rauskommt und man auf einer Liane landet. Deswegen packen wir erstmal vier Dschungelzaplings nebeneinander, drücken ungefähr zwei bis dreimal auf den Baum drauf und hoffen jetzt, dass es klappt vom Timing und... na... Und der nächste Versuch klappt es jetzt... Ja, wir haben es geschafft! Der Dschungelbaum MLG. Richtig, richtig cool.